Hallo, ich würde gerne zum Schleuren Poolnudel durch das Klang falsch. Ups. So, ein wunderbares, herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange. Das letzte Mal beim Eintritt in die Weltuntergangsparty vom Vortex Club. Und jetzt stehen wir hier in der Schlange. Ich glaube, die Schlange juckt uns nicht wirklich, weil ich glaube, wir gehen einfach gerade durch. Können wir hier mit irgendjemandem reden? Oder können wir mit Stella direkt reden? Machen wir das mal. Hi, Stella. Hey, Max. Willkommen zum Ende des Weltraums. Willst du, ob ich etwas in die Frage beobachten kann? Nein, danke, Stella. Hast du noch Nathan gesehen? Nein, danke Gott. Das Mann schreift mich aus. Warte, ein paar Mädchen haben nur über Nathan gefragt, bevor du in die Welt kamst. Warum schreift Nathan dich aus? Er sollte, ich will nur deine Reise. Er ist ein Bully, für eine Sache, und er hat Warren, für eine Sache. Aber hast du schon gesehen, dass er seine Augen gesehen hat? Glazed und Räging. Ich bin nicht so. So warum bist du an ein Vortex Club Party? Ich glaube, ich wollte nicht zu sein, dass du ein Mitglied bist. Screw das. Ich bin hier für den Job. Ich bin hier für den Job. Do you notice anything unusual about the Vortex Club tonight? Ja, ich weiß, dass sie nicht so schade über Kate Marsh sind. Ich bin froh für den Job, aber ich denke, Principal Wells sollte die Party verabschieden. Ich glaube, ich bin nicht cool genug. Ja, du bist, Stella. Du bist smart, honest und du bist für Blackwell. Ich hoffe, dass alles funktioniert deinem Weg in der Ende. Oh, danke, Max. Ich wirklich mag das. Hey, dein Gesicht sieht so intensiv. Alles klar, damit haben wir auch schon mal die Infos über Nathan so ein bisschen. Jetzt können wir hier erst mal die richtige Party betreten. Ich liebe diese Song. Ich bin so wunderschön. Oh, mein Gott. Marsha! Marsha! Party! Wo ist die Album? Ja! Wo ist die Album? Wo ist die Album? Wir müssen Nathan finden und ihn runternehmen. Aber es sieht nach einer lustigen Party aus, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Pool-Partys sollen ganz nice sein. Ich hoffe nur irgendjemand macht hier... Aber hier sollte man ab und zu jemand ein Fenster aufmachen. Bestimmt nicht so nice Alkohol, Chlor und ganzen Düfte hier drin zu haben. Ah, Broke und Daniel sind hier. Ah, hier ist Daniel. Ich bin froh, Daniel zu sprechen. Ich bin froh, Daniel zu sprechen. Ich bin froh, Daniel zu sprechen. Ja, aber so bin ich. Hallo, Daniel. Ja, Max, Max in Entrance. Haha, ich bin nur auf der Party wegen dir. Ich bin froh, dich zu sehen. Ich bin froh, dich zu sehen. By the way, hast du heute Nathan Prescott gesehen? Nein, ich bin mit Brooke mit hier. Max, bist du okay? Dein Gesicht sieht so sehr ernst. Ich bin froh, Daniel. Ich bin froh, Daniel. Ich bin froh, Daniel. Ich bin froh, Daniel. Daniel and Brooke flirting? Right on. Hallo, Brooke. Max, ich habe nicht erwartet, dass du dich an ein Vortex Club party hast. Ich habe nicht erwartet, aber ich muss wirklich finden Nathan. Hast du... Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Und ich bin nicht für ihn, also ich wahrscheinlich nicht heute Abend. Ich habe einfach das Scrub. Und seine Club. Du bist nicht der einzige. Vielleicht wird diese Party am Ende der Vortex Club. Dann habe ich nicht mehr zu tun, dass ich mich nicht mehr interessiert habe. Habt ihr gesehen Warren tonight? No, ich war zu Daniel. Er hat mich mit ihm zu dem Portland Art Museum this weekend. Oh, um, das ist so sweet. Ich bet Daniel wird ein sehr guter Museum guide. Ich bin mehr into science als art, aber was ein Kind von einem fangirlen würde missen eine Miyazaki-Exhibition? Du bist nicht, Brooke. Du bist nur zu leben, ihr Leben ohne all diese Buhl-Shit. Like all of us here. Du bist so wise und kind of invincible this week. Ich denke, dass die Schnee und Eclipse gebt ihr superpowers. Check to see if you can fly. Also mit deinem Drone. By the way, hast du gesehen das crazy Double Moon out there earlier? Max, wenn ich ein Double Moon out there sehe, ich würde sagen, dass es wirklich das Ende des Weltkrieges sind. Well, die Nacht ist immer noch jung, Brooke. Und so sind wir, Max. Also, wir planen ein Drone-Date nächste Woche. Nein, jetzt können wir auch endlich mal irgendwann die Drohne fliegen. Okay, mit dem Bartender können wir nicht reden, aber hier sind die Getränke. Energydrinks, Soda, Energydrinks. Ich weiß, dass jemand die Beine hat. Oh, hi, Courtney. Oh, hi, Courtney. Oh, okay, wir sind wieder hier, um Dingens zu retten. Hi. Alyssa, kommt! Ich bin auf. Wow! Natürlich, mein Objektangel hat sich jedes Mal aufgeteilt, um mich aus der Kroo-Werde zu retten. Danke dir wieder, Mystic Maps. Schulzeit. Luke, ich habe mich nicht mehr gesehen. Max, du bist die einzige Person, die ich nicht mehr sehen kann. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich wollte für Nathan. Ich habe mich nicht mehr von allen hierher. Warum hast du für Nathan? Ich will mir sicher, dass er nicht... ...zu etwas heute. Wie was bei Kate hattet ihr? Ich habe es so viele Menschen, dass jemand endlich seine Hände einen Tag. Luke, manchmal dreams kommen. Heute sah ich Warren, der Nathan eine definitiv historische Hände. Ja, das ist für Bruder Warren. Jetzt müssen wir alle diese Prescott-Vampires aus der Stadt bringen. Das wird schwer sein, wenn die Prescotts gewinnen die Stadt. Und die Vortex Club. Ich heiße es, die Vortex-Cult. Look at das was. Dress-Code? VIP-Section? Elitist-Bullshit. Preach es, Brother Luke. Okay, ich muss gehen. Um, danke für mich zu sehen. Oh, Luke, das ist ein ziemlich cooler Typ. Wir haben hier noch... Oh, oh Gott. Ouch. Hallo, ich würde gerne zwischen eure Poolnudel durch. Das klang falsch. Ups. Alicia. Look at Alyssa, shake that booty. I'm surprised to see you here. I'm so glad I could warn you about all those sneak attacks. You kinda are a superhero. You always choose to help me. It reminds me of the only poem I can quote by Robert Frost. I could use one moment of poetry right now. Okay, but this is like poet karaoke, so don't cringe. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less traveled by. And that has made all the difference. That was beautiful, Alyssa. It was exactly what I needed to hear. Thanks for not cringing. And thanks for watching my back. Blackwell would be so much cooler if we all did that for everybody else. But you're a great start, Max. Yes, I'm back. You scared me for a sec. I was ready to duck. Didn't think you'd come back. Look at this. I'm at my first and only Vortex Club party. I know. This week was so shitty that I just wanted to be around a bunch of people trying to have a good time. Even if I hate most of them. I think Rachel Amber would agree. I didn't know her, but I hope she's safe and sound. Uh, yeah. I'll talk to you later, Alyssa. Max, you look kind of tense. Maybe you should go crash. You had a tough week too with Kate. Plus having to save my ass all the time. Alyssa, I have to find Nathan. Have you seen him? I really don't know, but surely in the VIP section. Like it's a New York club. Thanks, Alyssa. Watch out for yourself. Why? When I have Max Caulfield at my side. Good luck. Yes, I'm back. You scared me for... I'm surprised that Blackwell is having a party after Kate almost jumped off a roof. I guess people are happy that Kate is okay now and they can party again. I'm just happy she's drawing again. She seems much better and her mother is being so supportive for a change. Kate deserves that. I saw that the video got taken down, so... I hope nobody posts it anywhere else. Is that naive? Look how fast people here forgot about Kate. They'll find some new Blackwell-Trauma and forget about her video. So it goes. No doubt. But... I actually have to go now. I'll talk to you later, Alyssa. Auch das haben wir erledigt. Weiter geht's. Oh, davor ist der VIP-Bereich, wo wir rein müssen. Gehen wir durch die Tür. Oh, wir können durch... Können wir in den Restroom wirklich? Ja! Ah, hier ist so eine kleine Backstage-Bereich. Oh Gott, okay. Okay. Oh Gott, und es geht los. Not anymore. I can drink more later. Apparently Blackwell has a severe toilet paper fetish. What was in that shit? Energy drinking Everclear! Oh Gott! I'm not in the mood, but... Still... This could be an interesting shot. Ah... Okay, das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Ah, das sieht wirklich cool aus. Ähm, hi, Justin. Justin ist... Just a little buzzed. Yo, Maximum Overdrive. About time you got here to save this lame rave. Wanna get ripped? Uh, you look pretty ripped already, Justin. And not happy. Why did you even come tonight? Where else could I go in Arcadia Bay on a Thursday night? Besides, Dana is here. Just not with me. So yes, this party sucks. You're obviously not cool with Trevor dating Dana. I tried to front like I was. But when I saw them together... I came over to cry like a little bitch. No, it's more like somebody who's in pain. I'm sorry, Justin. But you're a cool, considerate guy. And you're gonna find somebody just as cool. Minus the drama. Max, I know I'm twisted, but... Your face looks so fucking intense. And your voice sounds different. You okay? How about a quick dab? Uh, no, I'm cool, Justin. And I have to get going. Maybe you should go chill somewhere else. Fucking A, Maximus. You're right. I'm only torturing myself here. Plus, I'm too loaded. It's time to get my board and grind. No, seriously, I'm out of here. Oh, and everything isn't so fuzzy. Yo. Uh... Well... Rachel Amber won't be coming either. Damn, I was thinking about Rachel and Chloe tonight. If they showed up together right now... Shit would end. Rachel could always shut Victoria down. Good for Rachel. I wish I could have seen that. Max, I know I'm tw... Uh, no, I'm... Fucking... Alright, 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 alright. See him, see him, see him. Yo. Uh, you look pretty ripped. Where else? Speaking of... Have you seen Nathan? Oh, he should be freaking out in the VIP lounge with that whore Tex Club. Fucking hate those snobby douchebags. Especially Nathan. That dude is gonna go on a rampage soon. Okay. You might be right. So... Stay away from him tonight, okay? Spread the word. Max. Uh, no. Fucking... Okay, das waren jetzt lustige Gespräche mit Justin. Holy shit, mussten wir auf viel weinten. The tide is turning. Okay, wer ist hier noch alles? Hier ist noch ein Poster. I'd like to tear every one of these things down. Hier sind alle echt super dicht. Und... Ja. Chloe must be around. Oh, gross. How did this even get here? Oh, nein. Somebody is either having sex or throwing up. Or both. Ugh, Max. You're the only one who has to get sick. If you don't wrap it up, we're coming in sister. Good night, sweet prince. Ich würde gerne die Tür aufmachen. Aber ich glaube, das steht nicht in unserer Macht. Ich glaube, die Toilette ist eine gute Möglichkeit, einen kurzen Cut einzulegen. Ja, glaube ich auch. Bevor wir wieder zu der blasenden Musik draußen draus. Ich würde sagen, warum ist die überall... Die haben einfach überall Rotlicht draus gemacht. Ah, okay. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Auf Wiedersehen und... Ciao. Ciao.